Moinsinn! Ich war letztens einkaufen und habe mir so für schlappe 14 Euro mal was schickes geholt. Und das würde ich gerne heute mit dir hier mal testen. Und zwar das komplette Programm. Aber du wirst es nach dem Entwoll fahren. Ich habe mir letztens eine Kamera gekauft für 3 Euro. Und ich habe mir ein Mikrofon gekauft für 10 Euro. Also so Pi mal Öre. Ich habe jetzt abgerundet und aufgerundet. Für 14 Euro habe ich zugeschlagen. Und das werden wir heute mal testen. Die Kamera scheint Plug-and-Play zu sein. Hat auch ein wunderschönes Skype-Emblem noch drauf. Wo ist es denn? Hier an der Seite. Kann man das sehen? Also ist es Skype ready. Und es ist Plug-and-Play. Also man kann das Ding einfach reinstecken. Man muss dazu sagen. Jo, sind 4 Euro. Ich denke aber, dass wir mit ein bisschen Licht, was wir hier drin haben, da noch was rausholen können. Dann werden wir gleich mal testen. Und dann haben wir hier noch dieses wunderschöne Mikrofon, wo eigentlich hier alles drin ist, was wir brauchen. Und das Wichtigste ist auch mit drin. RGB. Denn RGB macht alles besser. Aber lasst uns erstmal die Kamera auspacken. Lass mal gucken, was hier drin ist. Für 2 Euro. So. Schauen wir mal. Aufgeschnitten. Es gibt auch einen Smartstand. Oh, Miezi ist auch dabei. Oh, Miezi, vorsichtig mit dem Messer. Dann müssen wir noch mal kurz das Messer einklappen. Nicht, dass die Miezi-Katze sich was tut. Was haben wir denn hier drin? Okay, mehr Plastik als alles andere. Okay, Bedienungsanleitung. Ei, die ist sogar, wie sagt man hier, glatt. Wie heißt das denn? Nicht Klarlackmensch. Was suche ich denn? Wie heißt denn das Wort? Wie heißt das Wort, was ich gerade suche? Also es ist matt. Ne, nicht matt, glänzend. Es ist glänzend. So. Eine Sache ist mir auf jeden Fall gleich mal aufgefallen. Die Verpackung geht wieder schön zu und packt sich einfach ein. Das finde ich persönlich großartig. Aber wer braucht Verpackung? Niemand. Wir haben hier auf jeden Fall eine Klinke dran. Das heißt, wir können auch gleichzeitig das Mikrofon davon benutzen. Werden wir gleich mal testen und mal eine Testaufnahme machen. Wir haben einen wunderschönen, wie es so schön in der Beschreibung steht, Smart Stand. Der ist wirklich sehr smart. Der geht vor und zurück. Es ist gummiert, muss man dazu sagen, aber nur hinten die Halterung. Man könnte theoretisch das Ding sogar abschrauben. Hier unten ist noch eine Schraube drin. Ich überlege gerade. Oh! Es gibt sogar... Hat das Ding keinen Autofokus? Ich habe das Gefühl, es gibt keinen Autofokus. Okay. Das werden wir mal sehen, weil man kann den Ring vorne drehen. Naja. Also schauen wir mal, was hierbei rauskommt. Gut. Legen wir das aber mal ganz kurz beiseite, bevor wir es anschließen. Weil wir haben ja auch noch den riesigen Streaming- und Podcast-Banger. Und ich bin wirklich gespannt, was wir da rausholen können. Weil es gibt ja mittlerweile so viele schöne Plugins. Also gerade hier VST-Plugins, auch für OBS und alles. Und da werden wir mal reingehen und mal gucken. Sag mal, habe ich das jetzt hier nicht aufgeschnitten? Ob ich heute zu blöd bin, Verpackung aufzumachen? Das ist aber ganz schön feste hier, mein Freund. Sag mal! Da müssen wir nochmal ranschnipseln. Die Verpackung an sich ist noch verklebt innen drin. Das ist ja interessant. Wir wollen das ja auch nicht kaputt machen. Für den Fall der Fälle, dass wir nochmal die Verpackung brauchen. So, jetzt? Ah! Die ist nochmal verklebt innen drin. Oh, interessant. Okay, hier ist natürlich auch wieder die Unboxing-Experience. Das ist natürlich nicht die geilste, logischerweise. Was möchten wir jetzt auch von... Naja, das kann man ja auch nicht sagen. Von einem 10-Euro-Produkt erwarten stimmt ja nicht. Wir haben ja so einige 10-Euro-Produkte, die einen abholen, ne? So, was haben wir denn hier? Pop-Schutz. Hält auf jeden Fall, äh, kann man sehen, ne? So ein bisschen. Hält sabber auf. Ist gut. Also, man spuckt dann nicht mehr ins Mikrofon. Das ist immer das Wichtigste. Dann packen wir mal aus den Brecher hier. Ui! Ui! Okay. Also... Ist... Also, sie haben jetzt auf jeden Fall versucht, lose zu lagern. Ist schon mal... Ist schon mal geil. Also, hier ist der Fuß noch drin. Oh, massiv. Massiv merkt man so... Mh... Also... Tischuntersetzer... Ist... Nicht schwerer. Muss man gleich dazu sagen. So, was haben wir denn hier noch so Schönes? Es geht in der... Oh, das war meine Hoffnung. Es geht in der Tat mit USB-C. Also, es ist ein USB-Mikrofon. Schadabil! Dann haben wir hier noch einen Fuß. Würde ich sagen, ist Alu. Geht so in Alu-Richtung? Und hier ist noch eine Unterlegscheibe drin. Wofür brauchen wir die denn? Ähm... Ich bin gespannt. Ich drehe mal kurz... Ich baue das hier mal zusammen. Wofür ist denn diese Unterlegscheibe hier? Damit wir das hier dran machen? Kann das sein? Nein, not sure. Oder... Oh doch! Ah, doch! Das ist ja... Wie sagt man? Der Counterring? Dass man entgegengesetzt drehen kann, aber das fest ist. Okay. Dann werden wir das hier mal anbauen. 15 Euro. Oh ja! Okay. Schauen wir mal. So, jetzt ist das hier ordentlich fest. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Hinten ist USB-C-Eingang. Oh ja! Also, man kann das, äh... Muten. Hier oben. Und unten hat man auch Volume. Also Gain-Control. Och! Näh! Hier gibt es sogar Klinke an der Seite? Da müssen wir kurz mal auf der Verpackung gucken. Was kann man denn hier mit der Klinke machen? Hier steht leider nur drauf, dass das, äh... 3mm Jack-Plug-In ist. Was heißt denn Jack-Plug-In? Dass wir uns da hören können? Das müssen wir eigentlich nochmal ausprobieren. Weil vielleicht können wir das Mikrofon noch über Dings anschließen. Über die... Über die Klinke. Aber gut. Wir haben alles ausgepackt. Wir können das jetzt mal ausprobieren. Aber vorher müssen wir erstmal alles wieder schön fein säuberlich verpacken. Weil... Soll ja auch ordentlich sein. Ne? Es soll ja auch ordentlich sein. So, gut. Das hatte ich nicht so cool. Es sollte ein bisschen lässiger sein. Aber das ist dann wahrscheinlich einer dieser Blobber, ne? Also, pass mal auf. Ich schließe das jetzt hier alles mal an. Und dann gucken wir im nächsten Segment mal, wie das so funktioniert. Und ob das geht und was das kann. Also... Los geht's! Ich hab das jetzt alles mal angeschlossen und auch mal so ein bisschen eingestellt. Ich mein, wenn ihr jetzt mal hier die Kamera seht. Wir nehmen mal ein bisschen Licht raus. Es war zu erwarten. Es ist jetzt nicht so der Kracher. Für 2 Euro. Also die Kamera würde ich jetzt nicht so wirklich empfehlen. Aber... Das Mikrofon... Für 10 Euro... Hat mich komplett abgeholt. Also ich hab jetzt hier standardmäßig in OBS einfach ein, zwei Sachen eingestellt. Die kann ich euch ja mal ganz kurz zeigen. Also ich hab jetzt hier OBS angemacht. Und hab ehrlich gesagt noch nicht mal VST Plugins installiert. Und einfach nur kurz den Rauschgate reingemacht. Und den Kompressor, dass man halt schreien kann. Und ein bisschen dran rumgefriemelt und ein bisschen was eingestellt. Und das Ding klingt wirklich für den Preis gar nicht so verkehrt. Also ich sag mal so. Wenn man kein Mikrofon hat und einsteigen möchte, ist das hier echt nicht verkehrt. Also wenn man sich vielleicht einen Mikrofonarm holt, dass das hier nicht so direkt vor einem steht. Ist das eine geile Sache. Bin ich ganz ehrlich. Der Kopfhörerausgang ist übrigens für Kopfhörer. Deswegen sag ich ja auch Kopfhörerausgang. Und du kannst dich selbst monitoren dabei. Eventuell, wenn du möchtest, kannst du das auch zurückführen an den Computer. Aber das Gerät wird durch USB sowieso als Soundquelle erkannt. Und jetzt können wir hier ganz kurz mal ein bisschen Test hören. Und ihr könnt mal entscheiden, wie gut so ein 15 Euro Mikrofon ist. Denn das hier ist gar nicht mal so verkehrt. Also auch mit dem Popschutz. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen lauter reden. Da ist nichts mit Klippen. Also ja, obenrum verliert es ein bisschen an Qualität. Aber wir kommen nicht irgendwie in so einen Bereich rein, wo man sagt, boah, das ist aber richtig ätzend. 15 Euro für beide Sachen. Das hier 10. Also das RGB holt sowieso alles wieder raus. Sind wir mal ganz ehrlich. Wer mag das nicht, wenn das hier so ein bisschen rumleuchtet? Wir können das mit einem Tab, können wir das muten und auch wieder anmachen. Geil. Also wirklich. Ich habe gedacht, wir machen jetzt hier die totale Trash-Review. Und beides ist so, naja, kannst du in die Tonne kloppen. Aber ehrlich gesagt, ich würde mir das sogar fast noch einpacken und mitnehmen. Weil es ist ja halt klein und man kann es unterwegs auch mal benutzen. Also ich habe auch noch andere Mikrofone. Die sind so klein. Für Podcast-Aufnahmen hatte ich die früher. Also ich würde das einstecken. Was haltet ihr denn davon? Also was denkt ihr, wie die Qualität ist? Würdet ihr euch das kaufen oder würdet ihr euch das nicht kaufen? Also ich sage auf jeden Fall, das ist ein Banger. Also Fazit? Am Ende? Tja, war gar nicht so beschissen der Einkauf. Also Webcam? Naja. Geht so. Ist mehr... Es ist eine Kamera, okay? Es ist eine Kamera. Aus dem Sensor kann man leider nichts rausholen. Egal, ob du da Licht reinmachst oder nicht und gut beleuchtet bist. Die Kamera ist eher so, bäh. Der Drehregen hat übrigens gar keine Funktion. Also der ist einfach irgendwie nur da. Man kann damit gar nichts machen. Ich meine, ja. Es ist zwei Euro. Ich sage mal so, für Ömming, wenn die mal in Skype reinhalten will und man möchte nicht unbedingt jede Falte sehen, sie geht raus an Ömming, ist das genau das richtige Ding so. Das hier? Ja, doch. Das kann man machen. Das kann man wirklich machen. Also... Tonqualität ist super. Die Verarbeitung ist klasse. Also wirklich. Man kann hier alles ruckzuck zusammenbauen. Es hält alles. Fühlt sich auch wertig an. Du kannst es superschnell einstellen. Also einstellen im Sinne von, wie hoch das geklappt sein soll etc. Plus, dass die Annahme Standardgewinde ist. Also es ist jetzt nicht so, als wenn sich da wieder irgendwer irgendwas Besonderes ausgedacht hat, um Produktionskosten zu sparen. Und was halt auch ziemlich cool ist, dass du steckst es einfach ran und es funktioniert. Es funktioniert halt einfach. Und das finde ich echt gut. Mit OBS ein paar Filter reingeknallt. Und dann läuft der lax. Hier kommt jetzt nochmal kurz der Testaufnahme aus Audacity. Da könnt ihr nochmal direkt die Qualität hören ohne die Filter. So, das ist jetzt hier mal das Mikrofon. Ganz normal reingesprochen. Hier am Tisch. Keine Plugins. Nix am Laufen. Und es klingt wirklich nicht verkehrt. Das kann man machen. Also, alles in allem war definitiv eine Überraschung für mich. Und ich hätte es auch ehrlich gesagt nicht erwartet. Also, würdest du dir das kaufen, wenn du keins hast oder irgendwie To-Go eins brauchst? Ich auf jeden Fall. Nun, dankeschön, dass du dir dieses wunderschöne Video angeguckt hast. Ich wünsche dir einen unglaublich schönen Tag. Lass doch vielleicht einen Kommentar da. Abonnier den Kanal. Hau doch mal ein Däumchen rein. Mach die Glocke an. Und dann lass es dir gut gehen. Bis dann. Schau dir doch vielleicht noch ein paar andere Videos an. Tschüss, Sinkowski.